Jeder, der ein gutes Körpergefühl bekommen möchte, der so ein bisschen seine weibliche Seite zeigen möchte. Seine Sinnlichkeit. Ich bin mit vielen Tänzern gefreundet und fand es immer so toll, wie sexy und elegant die High-Hills-Tänzer sind. Meine Mutter war auch schon mal hier. Die wollte unbedingt sehen, was ich hier mache. Und dann habe ich gesagt, kommst du mal mit. Die hat früher Ballett getanzt, deswegen war sie auch noch gut gestretched und ich war total verzaubert.